Hallo zusammen, ich bin der Gamerocker und ich habe hier einen Siedler, der irgendwo in dieser Region eine Stadt gründen möchte. Eigentlich habe ich ja mal gedacht, hier, oder dann ist man ein Single, ich könnte ja auch hier oben. Und vor langer Zeit habe ich hier eine Irritationsnadel gesteckt, um den Chinesen zu verwirren, damit er meinte, ich baue hier eine Stadt. Aber in der Zwischenzeit habe ich festgestellt, hm, ich könnte doch eigentlich genau hier anstatt bauen, weil das wäre eigentlich gar nicht das dümmste. Ich hatte hier gerade zwei, zwei am Anfang als Produktion, ich hatte Marmor in der Nähe, zwei Steinbrüche, Chiem an die Fische, gut, ich chiem nicht mehr an die Krabben, aber ich hatte da noch Fische, da hatte ich zwar Krabben und was sind das Perlen? Nein, schon. Nein, das ist einfach Gold, was es hier gibt und Nahrung. Ähm, ja, eben. Jetzt bin ich mir wirklich am überlegen, will ich da hoch oder will ich nicht echt da hinschauen? Ich bin irgendwie zur Überzeugung gekommen, da... Klar stehe ich da im chinesischen Einfluss und so, aber weisst du was? Den Chinesen mögen wir. Äh, du würdest so durch? Ja, geh mal. Also gut, geh mal da hoch. Kommt, wir gehen, wir gehen jetzt. Dort hoch, bauen hier die Stadt. Und weisst du was? Können wir das gerade löschen? Ja, dann haben wir das nämlich gemacht. Und dann geht's weiter. Ab in die nächste Runde. Und dann schauen wir, was da passiert. Oh, da ist der chinesische Beher unterwegs. Da würde sich eigentlich auch noch eine Stadtgut machen, weil da hätte Färbemittel, Gips... Ja, das wäre eigentlich auch noch etwas. Du musst die Bibliothek schnell bauen. NGULU MAPU Und wir haben die politische Philosophie. Sehr schön. Sehr schön. Natürlich machen wir jetzt gerade eine Revolution. Äh, weil ich nicht im Krieg bin. Ähm, warte ich eigentlich das nicht. Ähm, Produktion für Wunder interessiert mich gerade auch nicht. Alles, was mit dem Bezirk hat. Plus eins Wohnraum und plus eins auch nicht. Ja, komm, wir nehmen das. Ähm, mache ich überhaupt grosse Persönlichkeitspunkte? Ich weiss es gar nicht. Ich weiss es gar nicht. Aber wir gehen einmal auf Kolonialisierung los. Und dann wäre es noch gut. Produktion in der Städte. Gottkönig. Ja, das mit dem Glauben. Das ist so eine Sache. Ähm, ja. Zwei Einflusspunkte pro Runde für Gesandte in Stadt, Staaten. Komm, wir nehmen mal da. Wir sind charismatisch. Äh, das brauche ich eigentlich nicht. Eigentlich könnte ich das nehmen. Oder... Ja komm, weisst du was? Nein, wir machen hier Stadtplanung. Wir wollen. Gibt es nicht irgendwie eine Reduzungkosten auf dem Geländefeld? Um 20%? Äh, das können wir dann machen. Aber noch nicht jetzt. Aber das muss ich mir im Kopf behalten. Hey, wow! Wir haben noch einmal zwei Zeitalterpunkte. Verdient. Und sind... Was? Noch einmal einen? Ah, okay. Äh, begann mit der politischen Philosophie der Mapuche. Legst du mehr? Hey, wir sind ja so, wow! Richtig gut. Jetzt fehlt nämlich nur noch, wenn ich das richtig gesehen habe. Einen Punkt. Und dann sind wir in einem normalen Zeitalter. Während Gordo... 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 Und der Gin... Ja, in einem goldigen sind. Ja, wir kommen. Wir kommen. Warte, das können wir jetzt weg tun. Jetzt wählen wir noch eine neue Ausrichtung. Ich habe mir überlegt, wo könnte es durchgehen? Ähm... Die Mystik. Ich verzichte im Fall auf die Religion. Weil da habe ich eh kein Brot. Also lassen wir diese zwei mal weg. Und dann würde ich sagen, weil wir ja Kultur-Leute sind, gehen wir Richtung Geschichtsaufschreibung. Wir wollen schliesslich unsere Geschichte nicht schreiben. Für alle Ewigkeiten und alle die anderen Leute, die uns besuchen kommen. Oder so. Ähm... Kannst du eigentlich jetzt schon Wasser? Stell dir vor allem auf das Hügelgelände. Nein. Warum nicht? Weil ich wahrscheinlich diese Forschung gar noch nicht an... Ähm... Mögliche Handwerker zu Wasser. Nur Handwerker. Was bräuchte ich denn damit alle Wasser? Nämlich Landeinheiten? Der Schiffsbau. Ja, aber ich bin eben... noch weit weg vom Meer. Ähm... Komm und doch einfach mal da rüber. Ähm... Wir gehen da einfach ein wenig rumspähen. So. Ähm... Du, Krieger. Kannst wieder da rein. Und dann festigst dich dort den Boden. Dann, äh... Du, Siddler. Du würdest sagen, da... Gut, da hat die Trüffel... Ähm... Ein bisschen... Was ist das? Ja, die. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Hätte ich das von da... Oh nein, nie und nimmer. Hahaha. Aber... Ich bin da kein wenig. Ah... Willi Mapu. Wenn ich da eine Stadt baue. Das ist mir... Und da bin ich kein wenig weit weg. Ah... Da ist da zwischendrin schon noch eine Stadt. Ah... Das ist wieder so eine Sache. Ah... Aber ich komm, ich baue es jetzt gleich da. Ich will es wissen. Geh da hin. Ähm... Und du begleitest ihn. Jawohl. Genau. Ähm... Verbündet euch da mal schnell. Dann gehen wir zusammen da hin. Ist das okay? Wunderbar. Jetzt habe ich dir doch gesagt. Geh da hin. Mensch... Ähm... Du könntest mal eins führen. Und dann heilen. Und dann gehen wir in die nächste Runde. So wie es aussieht. So... Gleich noch eine neue Religion gegründet. Hinduismus. Ich habe es gewusst. Und da sind wir taoistisch unterwegs. Ah... Aber habe ich den Pantheon noch? Ich hoffe schon. Ich hoffe, den Pantheon habe ich behaltet. Oh, schau mal da. Die Stadt wächst. Und da... Toronto ist im Krieg. Mit wem überhaupt? Mit den Brüsselern. Ah, das ist okay. Oh! Den Steinmetz haben wir. Den Steinmetz. Irgendwie ist der Sound so leislig. Ist das bei dir auch so? Oder gehöre ich einfach auf meine Kopfhörer nichts? Ich gehöre einfach auf meine Kopfhörer nichts. Wieso nicht? Ah, weil ich es natürlich... Ja... viel zu leislig eingestellt habe. Ja... Mach nichts. Ich muss es ja nicht hören. Äh... Nicht das Spiel verlassen. Zurück zum Spiel. Und jetzt wählen wir als erstes gerade eine Forschung. Die Astrologie wäre natürlich etwas. Dann könnte man eine heilige Städte bauen. Bewässerung wäre eigentlich auch cool. Äh... Reiterei wäre aber eigentlich auch cool. Und darum gehen wir zuerst auf das. So... Und dann hat irgendjemand ein Wohnproblem. Willi Mapu. Ja, der Kornspeicher kommt. Aber wieso geht das so lange, mein Lieber? Kannst du da nicht mehr Produktion rausholen? Nein! Da müsste man einmal noch so einen Handwerker haben. Für 245 kann ich mir leisten. Komm, kauf. Machen wir. Wer braucht denn jetzt noch einen Befehl? Ah, immer noch du. Ah nein, du bist ja auch ein Handwerker. Ähm... Aber du bist da oben am Schauen. Und zwar... Ja klar machst du hier zuerst einmal die Mine, bitteschön. Ah, wir haben ein Heureka! Und da hat es wieder einmal einen Widmungsbonus gegeben. Wow! Wir haben es erreicht. Cool. Gut. Super. Das werden wir nicht mehr sehen. Wer braucht denn noch einen Befehl? Du! Wow! Wo willst du hin? Was mache ich mit dir? Wir haben da schon hier hinten könnte ich noch. Irgendwie. Komm ich noch hier hinten? Ja, da oben durch. Da arbeiten wir. Also komm komm mal hier hinten. Das ist gut. Du baust mir hier die Strasse, liebe Händler. Das ist wunderbar. Drei Runde bis zur Bibliothek. Sehr schön. Sehr schön. Schau mal, der ist auch schon bei 5. Oh krass. Aber bei mir geht es einfach zu lange hier. Da ist einfach zu wenig los. Da ist dafür zu viel los. Da geht es runter. Schau mal, wie die Stadt brennt. Brüsseler machen sie nieder. Finde ich gut. Finde ich völlig okay. Jetzt gehst du hier rüber. Und machst du mir hier... Oh nein! Jetzt... Krass! Geht nicht. Okay. Wir haben hier nochmal einen Handwerker. Wieso? Habe ich den hier gekauft? Nicht hier. Mensch, bin ich ein Depp? Ja, ist gut. Wie viele Aufladungen hast du noch? Eine. Ja gut, okay. Dann ist das aber all right. Wollen wir denn hier oder hier? Ja, 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 ja. Wir bräuchten Produktion. Schau mal, du hättest ja hier Produktion. Aber keine Food. Okay. Du gibst mir hier eben Kultur. Das ist schon okay. Ähm. Wenn ich dann aber hier die Stadt baue, muss ich hier auch etwas machen. Eins, zwei. Ohi. Ähm. Du musst eigentlich so schnell wie möglich das Marmor abbauen. Steinbruch. Weisst du was? Ich brauche dich hier auch. Also musst du... Oh! Wo bist du jetzt? Du musst hier rüberkommen. Ja. Lauf. Lauf, lauf. Lieber Bautrupp. Lauf. Dann bleibst du, glaube ich, da. Mal stehen. Einfach. Ui. Da haben wir noch so einen Schleuderschützer. Aber den kann mir eigentlich egal sein. Zwei Runden geht es noch. Dann haben wir die Bibliothek. Und holen. Wir machen ein bisschen Wissenschaft hoffentlich. So. Was machst du da? Ich hoffe, du stirbst von Argos her. Mal schauen. Hier ist nichts passiert. Echt? Wirklich nichts? Weisst du was? Dann lassen wir dich hier stehen. Wundervoll Ende. Tempel Artemis. Jaja. Ist mir egal. So. Du baust hier das. Wundervoll. Dann gehen wir weiter mit dir hier hin. Und machen hier... Eine Stadt. Und dann schauen wir mal, wie das mit der Loyalität funktioniert. Schau mal. Die sind schon am Rebellieren. Bevor es überhaupt der richtige Stadt geht, sind die schon am Rebellieren. Wunderbar. Was bauen wir hier ein Monument? So. Wer braucht noch Befehl? Du bleibst. Und dann kommst du. Mal noch eins. Eins. Und heilst. Dann können wir in die nächste Runde. Und da können wir jetzt gleich nochmal einen Siddler bauen. Oh. Äh. Was? Wir lassen es zu nahe bei dir nieder. Äh. Wir suchen etwas anderes in Zukunft. Ist okay. Ist okay. Äh. Stadt wurde besiegt. Okay. Und da haben wir schon wieder einen Punkt bekommen. Ihr habt die Gebäude errichtet ein Wissenschaftlergrundgebiet. Dadurch erhalten jetzt einfach einen Widmungsbonus. Sehr schön. Wir sind schon bei 33. Juhu. Wir sind ganz normal. Das nächste Mal. Aber erst im nächsten Mal. Wunderbarm benötigt. Ja. Und da hätten wir eben ein kleines Loyalitätsproblem. Ah. Da müssten wir eigentlich den Gouverneur reinschicken. Wo haben wir dich? Da. Ähm. Du wärst eigentlich gemacht für hier drin. Zeig mal. Ja. Geh mal selber weg. Ähm. Bibliothekar. Campusgebäude. All right. Ähm. Ja. Weisst was. Nein. Ich muss. Ich warte auf noch einen. Kommt ja sicher bald wieder ein Gouverneur. Dort tun wir dann die Idee. So lange hält die Stadt schon zu mir. Habe ich keine Angst. Ein Handelszentrum. Wöchtest du gerne? Nein. Ich brauche einen Siddler. Und zwar so schnell wie möglich. Da. Oder da. 1, 2. Aber da komme ich nicht an die Färbemittel. Oder da. Da. Aber da bin ich sehr nahe bei Argos. Aber da wäre cool. Da wäre eigentlich sogar mega cool. Wo du gerade stehst. Okay. Ähm. Die haben Frieden gemacht. Zu. Äh. Was habe ich da verloren? Nein. Schlecht. Die Stadt verliert Loyalität. Ja ja. Das ist jetzt nur. Das ist nur jetzt. Schau. Die Loyalität geht schon wieder hoch. Das ist ja schon. Easy peasy. Haben wir gut gemacht. Wir haben uns gut gewehrt. Darum gehen wir gerade weiter mit dir. Da rüber. Da steht auf der Hochrunde. Dann gehen wir in die nächste Runde. Da passiert ja nichts. Weil da sind wir ja so nahe zusammen. Wenn wir da wirklich da noch nehmen. Eine Stadt bauen. Dann gehören hier alle zu uns. Und ähm. Und ähm. Da und da. Bauen wir dann sicher auch noch Städte. Früher oder später. Ich meine. Das Fleckli da wird mir ja niemand wegnehmen. Da habe ich schon ein wenig mehr Angst. Dass äh. Der Griech könnte mir zuvor kommen. Glaube ich aber nicht. Weil wir sind einfach die schnellsten und die besten. Und dann gehen wir auch gleich wieder in die nächste Runde. So. Du bist da. Wunderbar. Jetzt kannst du ja da runterkommen. Oder könnte ich das kaufen. Was machst du? Ah. Du bist ein Missionar. Ja. Der ist mir eigentlich egal. Der Missionar. 5 Runden. Er baut ein Wunder. Wir haben Reiterei. Was willst du noch mehr? Alles im Lot. Dann haben wir den Handelsposten gemacht. Sehr gut. Finde ich super. Zwischen diesen 2 Städten. Das ist Wanderfull. So. Wählen wir eine nächste Forschung. Da haben wir jetzt. Ja. Nicht zu weit wollen. Für Russia. Gehen wir echt. Schau jetzt. Eine Runde. Und dann hätten wir die Astrologie. Wenn wir das wirklich machen. Dann könnten wir auch gleich. Ermöglichen wir das Wasser. Und ermöglichen wir das Züchten von Fisch. Ja. Aber eigentlich ist mir das nicht so wichtig. Machen wir doch zuerst. Bewässerung ist einfach für Bananen gut. Aber komm. Machen wir doch zuerst das Rad. Dann wählen wir noch eine neue Produktion. Hier. In Willi. Der Willi Mapu. Kommt über. Ehm. 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 Regierungsplatz. Der Regierungsplatz wäre eigentlich noch cool. Weil das gibt mir einen Bonus auf die Loyalität. Aber der gehörte eigentlich in die Hauptstadt. Aber irgendwie denkt es mich. Die Stadt hier wächst besser. Wie die Stadt hier. Und darum würde sich das eben hier noch lohnen. Die Frage ist einfach. Wo? Da? Ah. Da kann ich nicht. Mist. Ähm. Da auf dem Möger oben. Nein. Will ich eigentlich nicht. Im Zeugs draussen. Warte schnell. Wir können den Campus hier machen. Dann. Das sieht gut aus. Dann ein Handelszentrum. Könnten wir hier machen. Das sieht auch gut aus. Dann wäre eigentlich das hier. Für den Regierungsplatz. Sehr geeignet. Komm. Das machen wir. Wir nehmen das. Ist mir egal. Aber dann haben wir hier noch. Da. Und. Ja. Komm. Das machen wir. Ist egal. Wir bauen hier einen Regierungsplatz hin. Und dann schauen wir was uns da bringt. Du gehst mal beim Chinesen nach oben schauen. Was der Xi'an macht. Oder in. Was in Xi'an passiert. Dann haben wir einen neuen Händler. Den wir. Ja. Jetzt natürlich auf Nag Mapu schicken. Weil wir auch dort eine Strasse wollen. So. Wieso ist das eigentlich immer noch an. Vergiss ich das einfach wieder abzustellen. So. Du bleibst. Du. Gehst mal da hoch. Vielleicht sehen wir ja da noch weiter raus. Ja. Natürlich nicht. Aber wir gehen in die nächste Runde. Und da passiert irgendwie gar nichts. Also. Du wehrst dich nicht gegen den. Schleuderschützen. Ich lasse den sicher auch in Ruhe. Weil was will ich. Ah. Ich bin ja immer noch dran. Du. Du kommst mir. Ja. Da auch. Ja. Genau. Und machst du mir dann dort den Marmor bereit. Ja ja. Taoismus. Taoismus. Ist doch mir egal. Wir haben da unser Pantheon. Oh. Zählt jetzt der da eigentlich immer noch? Ich glaube schon. Und wenn nicht. Pech. So. Lieber Grieche. Mach mal den Typ da unten. Fertig. Bist du da irgendwie nichts am machen. Völlig passiv am Umrauchen. Da kann ja nichts sein. Du. Richtig. Auch da wäre auch ein schönes Städtli. Wow. Da hätten wir sogar noch Bernstein. Komm ich da über. Ja. Viel zu weit weg. Da habe ich dann auch noch ein wirkliches Loyalitätsproblem. Mit zwei Runden kommt wieder ein Siedler. Jetzt ist die Frage. Machen wir ihn da? Oder machen wir? Ich wäre wirklich am liebsten da. Könnten wir da das Zeug aufkaufen? Bis dann ändern wir auch die Politik noch. Das geht schon. Das Rad haben wir. Yes. Dankeschön. Neue Forschung. Wir nehmen die Astrologie. Dass wir sie endlich mal haben. Jetzt bau da bitte endlich mal das Marmorzeug ab. Und jetzt möchte ich schnell schauen. Ja. Das ist gefixtet. Gut. Äh. Du kommst. Ja. Also eigentlich kannst du da in den Dschungel rein. Einfach, dass du mal im Dschungel bist. Dann gehen wir weiter. Äh. Mit dir? Nein. Nein. Aber mit dir möchte ich gerne. Ich weiss, dass es hier unten nicht weitergeht. Aber kommst du trotzdem mal hier runter. Egal wie und auf welchem Weg. Am besten Querfeld ein. Oh. Da hat jemand Handel. Äh. Ross. Und Diamante für Gips. Und sieben Gold pro Runde. Hm. Ähm. Ja. Ja. Warum nicht? Könnte ich eigentlich jetzt auf 8 hochgehen? Oder bist du dann gerade hässig? Komm ich habe es gut mit dir. Ah. Komm ich nehme einfach an. Ist gut. Ist okay. Äh. Gold nehme ich gerne. Kann ich auch brauchen. Äh. Diamante habe ich ja auch genug. Und ein Siedler geht's. Sehr schön. Sehr schön. Äh. Schauen wir zuerst noch in die Forschung hinein. Weil jetzt tun wir uns noch Bewässerung zu. Bevor wir das in diese Verarbeitung gehen. Diese Mine. Ah. Die müssen wir ja noch haben. Äh. Die wären hier unten. Äh. Wann kann ich eigentlich meine nächste Drama und Dichtung? Das ist noch nie. Ah. Misch. Das wird noch. Ich sollte eigentlich noch mehr so Siedler haben. Aber es geht noch mal 7 Runden. Dann wirst du wieder klein. Du wirst wieder gross. Aber ich würde eigentlich gerne noch mal so einen Siedler haben. Ganz ehrlich gesagt. Oder äh. Reiter. Ähm. Benötigt 2 Pferde. Die ich jetzt natürlich nicht mehr an will. Weil ich sie abgegeben habe. Sehr gut. Gut gemacht. Game Rocker. Gut gemacht. Äh. Wolltest du eine Wassermühle bauen? Echt schnell. Damit alles ein bisschen schneller geht. Reis. Weizen. Ja. Ich habe weder Reis noch Weizen da. Es ist alles da vorne. Ah. Das bringt nichts. Äh. Die Stadtmauer bringen wir momentan auch nicht. Er kommt auch noch mal einen Siedler. Das ist okay. Schau. Wir können einen Gesandten schicken. Woher schicken wir denn den? Auf Genf haben wir gesagt. Ist 3-3. Da wird der andere gleich kommen. Und wie sieht es denn in Brüssel aus? Oh. Da sind wir die Einzigen. Da könnten wir doch in Brüssel einen schicken. Da sind wir Suzerain. Und kommen. Plus 2. Produktion. Mit dieser Stadt. Mit einer Werkstatt beim Bau von Wundergebäuden und Bezirken. Ich platziere das mal da. Sehr schön. Gibt ihn nochmal. Wow. 2 Zeitalterpunkte. Hey. Wenn das so weitergeht, hole ich noch ein goldiges Zeitalter. Wir haben noch 28 Runden in der Zeit. Und ich muss nur noch 8 Zeitalterpunkte haben. Also eigentlich 9. Ja. Easy peasy. Das machen wir. Äh. Da. Da. Wow. Minus 18. Uh. Das ist aber viel. Oder was ist wenn ich sie da gerade in die Stadt hineinbauen. Also da hineinbauen. Dann haben wir zwar die Färbemittel nicht mehr. Da wäre eben schon geil. Ganz ehrlich gesagt. Dann hätte ich Gips. Und das wäre nicht so stark. Ich hätte den Kupfer. Aber gut. Dann habe ich auch von da hinein. Oh. Warte. Was ist wenn ich sie da baue. Bei den Schöfchen. Ich meine. Das ist ja auch in der Wüste. Das kann ich ja nicht so drauf an. Aber dann hätte ich das eben ziemlich klein. Ich könnte es auch da bauen. Dann komme ich zwar wieder nur an Diamanten nennen. Nein. Ich möchte schon den Gips. 1, 2. Ja. Aber das Färbemittel möchte ich auch. Das heisst. Ich müsste wirklich da. Aber Minus 18 ist verdammt viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Komm. Wer nichts gewagt. Gewinnt nichts. Gehen hier rüber. Bauen wir dort eine Stadt. Und dann bauen wir noch weitere Städte. Jetzt müsste ich hier das haben. Wie teuer ist das? Zeig mal. Äh. 80 Franken hätte ich. Hätte ich. Aber wie lange geht es jetzt noch? Ah. Ich muss hier wieder raus. Komm. Äh. Wie lange geht es da? Bis ich eine neue Regierung kann. Geschichte aufzeichnen. Wobei vielleicht kann ich ja das da schon machen. Dann kommt das auch gut. Ja. Also. Dann kannst du noch etwas anders schnell machen. Die Frage ist. Wolltest du etwas auf Nahrung machen? Oder auf Produktion? Du machst mir auf Produktion. Dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir mit dir wieder hier durch den Sumpf. Das ist okay. Und mit dir bleiben wir hier stehen. Und. Ja. Wo ist jetzt der andere? Der ist irgendwie hier am rumseuchen. Okay. Ist gut. Danke vielmal. Bist du dabei gewesen? Ich hoffe. Bist du das nächste Mal wieder. In diesem Sinn. fulnessern auch wieder! Greetings!